so voll Willkommen zurück zuletzt der Eker ist von Projekten Gürtel mit Kurt Zürich Ollo Joerl leute Vollfahrt aufschieben ist auch mal hier ja wir hatten die Stadt die Aufnahme gestartet und war total verlegt Legi wie sonst was es ist nur die Tür kann man direkt hier kein solches abgeschafft das geht ja noch zu sehen das ist der Katar die ich weiß es wird aber scheiß drauf kommt das war alt nach oben geht ab es ist aber ich doch war warum ich so schluss bei mir leckte es wieder bei dir nicht nö überhaupt nicht aber schon mit dem Gebiet hier nicht das sind schnell töten nein ich bin ohne Waffe ach gewinnt das ist jetzt relativ flüssig also besser als davor tötet ihn tötet ja ich höre es nach dem vordergrund nein versichert ja doppelt so knappe kiste so schafft das heißt aufzulegen das ist mal voll krass ich bin ein springendes schwer okay leuchtet das jetzt so gelächtert ja warum legt das so das der schweigt die die es war okay warum legt das so also wenn es vielleicht dann keine ahnung es wird irgendwas jetzt gerade falsch das zeigt jedenfalls bei mir definitiv total und bei dir bei mir läuft es flüssig aber das wird jetzt für sich bei mir nicht das stimmt nicht setzt man es heißt in laden außen sollte aber schwarz für sich geht doch okay zumal von das also gelegt hat um ja das haben wir die taktik dafür du bist fast tot bist du bei schwertbelben so fast tot ich bin nicht fast tot doch du bist der helft und ist fast tot ich habe etwa dreiviertel grün bei mir bist du fast tot wir sind auch in grün oder bei mir stubs jetzt es ist ein wenig okay wir sind absolut das ist bei mir jetzt stein auch da bin auch bei mir gerade die ganze zeit im gleichen raum um und machen nur ab haben leid ja bis zum nächsten stein ist es ist ein stein wir sind also ein kurzes noch sagen okay aber noch schwer okay aber ich habe einen festgestellt und ich gehe prüfen bei der japan ist das alles in der aufnahme tut mir leid immer stimmt hier echt nicht wo ich glaube ich sollte sich ja ich habe ihn hat geladen weil bei mir stand wurden die gerade da es ist da sie ist alles so der russer der stets ja die zeit hat es ist ja schon als gekostet die fast 4 min 8 gott das ist die einfach gehen wenn das ist ein klein sie sechs Prozent ein kleines ich bin ein kranker da eben das Publikum wie Mario E.T. und Toad und Bördo also Marc hat gesagt dumm und stirbt man ey der hat 8 Tonnen aufgetrickt sexy oh ja bleib so bleib so äh es ist es nur mit sich und wer im Tod bleibt warum kam das Geräusch warum hab ich gerade Stillstand und warum studiert hier ist die Burg das ist alles auf und in der nächsten Folge es gab da 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 je 2 ich bin verwirrt Curry wird fett ja oh ja es geht essen das ist kein wahrscheinlich auch Obst Steff das ist lesen lasst es lesen mal sehen Herr Maschiro und was du sie schon mal sagt und der Ruhr hat aktuell ist sie die Mutter so wie wo es zu jahr ist dass die Tat zu Jürgen Tadasha Prozent Jürgen dann sind die Tumori Tetsu Uhr siehe wo ist sie die Atmosi Takashi durch die die Korinther die Kälte und die Kälte und die Kälte Takao und die Kuh das Buch hat schon gelesen Nintendo L.T. Hall L.T. Hall so dass so viel dreizeh mal Kakashi gesagt hat sie kommt es in Städt vor übertrieben als container lesen was nachsprechend so eine Sache ich dachte schon dass die Kölner die nach um die Luft ja und das ist ganz erwähnt das Spiel ist Prozent die Halblein ich habe seit der Spitz gesehen aber alles aus wenn ich weil ich nun nicht Text der Vorsitzende Frist und dass es verspricht immer so er wird stattverschämt oder und da haben wir Sprühen wie es geschafft weil es wird dort woher ist weißt du kommen wird wenn ich glaube ich ab Ort ist wie sie gefeiert ich hab's kurz eigentlich Gummels nein hilfst uns nicht, siehst du? Bam! Tschüss, Mann! Start das überdrehen! Okay, ich mach dich fertig! Oh Gott! Ich bin voll der... Du spielst gar nicht mit! Das ist der Computer, Mann! Ich gefühle! Aha! Nein, Mann! Lass dich von einem fetten Pinguin überholen! Nein! Das ist ja lächerlich! Klaus dem fetten Pinguin, die... Es waren... Nein! Das sind die Polos! Aha! Oh mein Gott! Ich hab's gehört mit! Ich bin überhaupt nicht gewohnt! Oh Gott, das wird so mein Verderben! King Dedede hat übrigens gewonnen! Hahaha! Das ist, äh... Dann hat mir sie so festgelegt! Ich muss ja Punkte erzählen haben! Und man will ja auch ein bisschen Rücksicht... Oh Gott! Nein! ...auf dicke Pinguine nehmen! Nicht, dass die irgendwie diskriminiert werden! Ja, definitiv machst du das gut! Renn doch! Entschuldigung! Komm mal! Renn! Oh Gott! Ich bin mit, das ist so schlecht! Ich krieg grad vor... Wir sind schon wieder asynchron! Was? Ja! Ich hab einen falschen Weg genommen, na toll! Bei mir stehst du gerade die ganze Zeit an einem und derselben Rand und... Körl-Ski-Kurse! Ich hab's getan. Ich hab's geschrieben! Gekosro, 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 Borglitz! Ich war eh! Ich hab's zusammengefangen! Das war jetzt... Ich hab's jetzt über die zweite Frage! Ich hab's gesagt! Ich hab's geschafft! Ich hab's noch nie gemacht! Ich hab's geschafft! Nein, das ist nicht! Nein, das ist nicht! Nein, das ist das! Ach, toll. Oh, jetzt leckt es aber heftig. Oh, ist egal, nichts mehr. Oh Gott, das leckt aber krass, Mann. Oh, was zum... Hallo? Mann, was zum... Oh, das leckt so krass. Ich krieg gar nichts damit. Oh, das geht gar nicht. Das geht aber grad mal gar nicht an, ey. Das leckt grad so heftig. Und die Aufnahme ist jetzt wieder total ruiniert, ey. Mann. Und ich kann nicht Pause drücken. Kinde, die mich hier voll vernichtet. Ja, schon mal halt, Freunde, wenn das jetzt so sein muss. Toll. Ich fahre kacke hier voll Kanüle. Ey, ich fahre kaxvoll. Es leckt voll krass. Oh, so nicht fair. Ey, wie scheiße. Der hat das Ziel und hat mein Weitem Vorsprung und gewinnt voll. Wo geht's weiter? Äh, hallo? Ja, cool. Das hat ja voll gebraucht. Hey, immerhin bist du nicht so schlecht, wie du bei mir bist. Weil bei mir stößt die ganze Zeit auch am Start von der dritten Stage. Ja. Der hat einen Flutschgang im Mannschaft 18. Und jetzt können auch irgendwie extra Punkte. Ich hab schon verkackt. Jo. Super. 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 Sieg auf voller Linie. Haha. Wir beteiligen schon um. Das spätig überprüft. Zehn Minuten und 13 Sekunden. So. Es ist ein Selbstwert. Und die hatte ich auch mal, dass hoffentlich die vier Asyn-Kunden beziehungsweise so blick an legt. Boah, welch eine Scheiße. Oh, hey, du hast verloren. Ja, wer hätte es erwartet. Und nochmal. Super. Nein. Man, so eine Scheiße, ihr seid voll verkackt. Egal. Ja, einfach nur gerade läuft. Ich laufe. Ja, ich weiß. Ich muss definitiv mehr Punkte machen als ich. Ich bin schon King Dedede, den Weg freimachen musst. Ja. Fauler, sag du. Aha. 22 zu 10, das ist mal ein guter Schnitt. Jetzt kommt das Sight Arrays. Na gucken. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich muss mich kein bisschen akzeptieren. Ich muss zu Markus, das kommt hier übernehmen. Äh, ja, äh. Und jetzt rennen sie runter. Und jetzt rennen sie wieder hoch. Und jetzt springen sie. Und jetzt springen sie. Und jetzt springen sie. Und dann wiederum sie mal gehört. Der hatte ja ein Kuchen und nächste Malte. Gen nein sie geht die Worte ist der Gründer und nein und oder hatte ich aber Eiskalt eingestampft na toll es hat erwiesen sie bekommen Noa toll Fotofinisch war das Foto für dich hat das hätte ich eine Tomate geizen sollen weiter 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 ein gewörtlich schicke ich war kagsvoll toll steht man nicht aber ich kann nicht fliegen aber ja nichts muss eigentlich mein Vater ist klar hallo hallo alles gut ja warum kann jeder mal so runterbäschen nur ich nicht ich danke man ein ein König TDD sieht so schön aus wenn er fliegt oh und schlecht wieder jahre hallo das ist aber toll ich habe ganz auf die Videozeit geachtet jetzt muss man gewinnen man ja ist mir glaubt das ist ganz gut das macht das ganz laut meine Fressen endlich ja weil es nur verkackt weil ich in der tomate geist habe geschafft boah komm und erst deswegen wollte ich nicht haben mit der Tatsatur er hat gewonnen ja obwohl sie er geleckt hat zwei Freunde aber keine Ahnung was er sagt das das haben wir schon gesamt um 15 Minuten 20 gut zu wissen also Freunde und mit diesen unglaublichen Bild verlassen ich bin nicht nein wir drücken mein zweiter und hallo wie komm ich raus nein wieso nicht man ich will raus man was so so funktioniert es darf ich raus hallo boah warum komm ich raus ich will ich will ja gut von der ihr seht es hier laut kommende Sachen ich weiß Prozent doch manches im Potenzial gemacht habe wenn wir das kommen immer so wie auch es mit ich habe auszukommen ja es hat diese paar Freunde die das lassen wir mal hier so bis zum nächsten Tag ciao tschüss